Ja hallo ihr Lieben, Valentinstag, hier ist Christian Heimsch, mein Partner, Beziehungscoach, Lohnpsychologe, klar muss ich natürlich was sagen wieder zum Valentinstag, heute mal zum Fluch des Valentinstages und heute ist auch der letzte Tag von unseren extrem seltenen Liebeschip, Kursaktion, 22%, wenn du den Code neulich in deiner E-Mail hast, weil du kein lustiger Abonnent bist, kannst du das gerne noch nachholen, wir haben so ein Community-Sale diesmal, gehst einfach auf liebeschip.de, schickst das Formular ab, bekommst du den in deinen Inbox, bis heute Abend, 24 Uhr, auch die coolen neuen Kurse, Verlustangstkurs, Glückskurs, Sachen, die du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast, jenseits von Egoangst und Narzissmuskurs, Glaubenssitzkurs, die guten alten Kurse, Unprogrammungsliebeschiff, Liebeskummer, Selbstliebe, ja, hol dir es noch rein und genau, ansonsten, ja, wollte ich mal wieder was machen zum Valentinstag und auch zum Fluch des Valentinstages, also erstmal der Valentinstag, ich meine, ich glaube, das wissen die meisten, ist ja so eine Erfindung der Industrie, ich glaube, der Blumenindustrie und mein Gott, warum nicht? Ich meine, Weihnachtsmann ist, glaube ich, auch eine Erfindung von Coca-Cola und ja, so ist unsere Welt halt und ist ja eigentlich eine schöne Idee, einen Tag der Liebe zu haben, einen Tag der Beziehung zu haben, nur ist vielleicht für manche, strugglen da vielleicht mit, was sie denken, ja, warum habe ich keine Beziehung so, ne, und fühlen sich dann vielleicht völlig unnötig, wie ich finde, schlecht, weil ich sage ja immer wieder, lieber keine Beziehung als eine schlechte Beziehung und du bist definitiv als Single besser dran als in einer toxischen Beziehung so und also da, klar, sicherlich viele wünschen sich auch in einer schönen Beziehung zu sein, aber gut, heute fokussieren wir halt mal diesen Tag und Fakt ist ja auch, es sind immer mehr Menschen Single, das ist einfach Forschungsergebnis, also USA da auch wieder weit voraus, ich weiß nicht, glaube ich, über 50 Prozent und warum ist das so, ne, wo wir doch alle die Liebe wollen, so, ne, also erstmal hat Liebe natürlich nicht nur was mit romantischen Beziehungen zu tun, das ist ja immer der große Ehrtum, du kannst auch deinen Hund lieben, deinen Kühlschrank lieben, dein Auto lieben, deinen Job lieben, ähm, das ist ja ein ganz allgemeines Ding, aber romantische Beziehungen, ja, ist ja nicht der einzige Ort, wo es Liebe gibt und gerade da gibt es natürlich auch eine Menge, wissen wir ja, sonst würde es meinen Kanal gar nicht geben, äh, gibt es auch eine Menge Schwierigkeiten so in jeder Art, ne, und ich sehe das auch unter meinen Zuschauern, Zuschauerinnen, immer mehr Singles, auf Lesungen frage ich immer, äh, super viel Singles, natürlich auch viele Leute, die neue Beziehungen gekommen sind, schöne Beziehungen gekommen sind und, ähm, und das ist ja verrückt, weil wir haben ja Liberalisierung des Dating-Markts, wir haben immer mehr Dating-Apps, du kannst machen, was du willst, du musst nicht mehr 40 Jahre verheiratet sein, du musst auch gar nicht heiraten, also du hast so eine Freiheit und diese Freiheit finden aber, glaube ich, auch viele als Last, weil es eben nicht mehr so, wie vielleicht unseren Eltern noch diese klaren vorgegebenen Wege gab, ne, da hast du halt Anfang 20 Jahre geheiratet, bist auch in aller Regel zusammengeblieben und fertig durch dick und dünn und, ähm, das wollen wir ja scheinbar auch nicht mehr, wir wollen ja diese Freiheit haben und dann ist es aber so eine, so eine Last, weil es auch dazu führt, ja, dass man vielleicht länger Single ist und, äh, immer wieder neu probieren muss irgendwie, äh, immer wieder auf diesen frustrierenden Dating-Markt stößt und denkt, was ist denn, was ist denn mit der Freiheit, warum ist denn nicht das dabei, was ich haben will? Das haben wir ja auch in vielen Videos beleuchtet, ich denke, man sollte immer wieder aufpassen, dass man nicht in so eine Opferhaltung reinfällt, sondern einfach versucht, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen und es gibt ja auch die Datingkurse zum Beispiel und wird auch sicherlich nochmal Polaritätskurse geben, es wurde nochmal sehr gewünscht auf den Lesungen da zum neuen Buch auch im Herbst und, ja, da stehen wir nun und haben diese ganzen neuen Freiheiten und, äh, es gibt immer mehr Singles als zuvor und da denken wir vielleicht oft gar nicht darüber nach und wie gesagt, ich finde, das ist absolut ehrenwert und, äh, kann ein wunderbares Leben sein, ne, Single sein und, äh, aber auf dem Valentinstag denkst du dann vielleicht, scheiße, hab ich was falsch gemacht, stimmt mit mir was nicht, nein, das ist alles okay und vielleicht bist du auch Single, weil du einfach nicht mehr, und das haben unsere Eltern ja auch oft gemacht, äh, nicht mehr in schlechten Beziehungen sein willst, fertig, ne, und dann vielleicht auch nicht so schnell was Neues findest, beziehungsweise wenn du dein Game verbessert hast, oder sagen wir mal besser, wenn du deine Schwingung verändert hast, äh, manchmal auch gar nicht mehr so leicht ist, überhaupt noch Menschen zu finden, die jenseits von Drama und Narzissmus und Ego daten wollen, da gibt's ja gar nicht so viele, ne, und die muss man erst mal suchen, ne, und vielleicht bist du dann länger Single und da ist wirklich nichts, äh, falsch dran, aber an so einem Tag, es ist ein bisschen wie mit Weihnachten, ne, dann immer so fest der Liebe und dann, ja, warum, warum hab ich Weihnachten keinen, äh, Kontakt zu diesem oder jenen Menschen, warum ist Weihnachten dies oder jenes, warum schreitet sich meine Familie immer zu Weihnachten, das ist genauso, an dem Tag ist immer der Fokus drauf und dann klappt's nicht und dann ist man besonders frustriert, also gibt da, gibt da, gibt da echt einen Scheiß drauf auf diesem Tag, wirklich, ne, ähm, und wenn du irgendjemand hast, wie gesagt, es gibt ja auch Liebe jenseits von romantischen Beziehungen, denen du sagen willst, hey, schön, dass du in meinem Leben bist, wenn du einen guten Freund hast, äh, wunderbar, äh, und da Lust hast, den Tag dann so zu begehen, dann, dann mach das und wenn du in einer Beziehung bist und, äh, ja, guck mal, ob das, ob ihr Lust habt, heute eure Beziehung zu feiern, aber ihr müsst es nicht so, ne, ihr müsst es nicht, also in Beziehung ist nämlich das Gleiche wieder, man denkt so, jetzt müssen wir, vielleicht habt ihr gerade Streit gehabt gestern, ne, und dann heute ist Valentinstag und jetzt müssen wir heute happy und glücklich sein und uns, äh, auch genau das machen, was die Gesellschaft zuvor geblumen, kaufen, äh, nee, mach mal, also, feiern deine Beziehung an einem ganz anderen Tag oder, äh, und wenn sie an dem Tag feiern willst, mach es mal ganz anders als sonst, ne, also, was weiß ich, holt euch gegenseitig eine Massage oder, äh, geht zusammen joggen oder, oder macht einen Anti-Valentinstag, wo ihr, äh, euch mal sagt, was ihr nicht gut findet aneinander und lacht dann darüber, also, begeht den Tag, wenn ihr in der Beziehung seid, mal total verrückt irgendwie, ne, weil immer dieses, das muss jetzt so und so laufen, dass, das, also ich glaube, das führt wirklich zu ganz viel Unglück auch an diesem Tag, irgendwie so, ne, und wenn ihr frisch zusammen seid, empfehle ich, redet vielleicht mal über den Valentinstag, weil ich weiß gar nicht, wie oft in meinen ganzen Paartherapien das Thema Valentinstag aufgekommen ist, das ist super oft, äh, weil, äh, einer, einer findet den Tag super wichtig, der andere nicht, der scheißt drauf und dann kommt der Tag, man ist noch nicht lang zusammen und einer, einer ist enttäuscht, also, redet drüber, ob euch dieser Tag wichtig ist, weil, so Sachen, die an diesen symbolischen Tagen schieflaufen, also, wie Weihnachten, Valentinstag, Tag, wo ich kennengelernt habe, Hochzeitstag, die schleppt man immer, die sind immer zehnmal so schlimm wie an anderen Tagen und die schleppt man dann so lang mit sich rum, also, redet mal drüber, ist dieser Tag für euch wichtig, wie wollt ihr ihn begehen und, und, äh, nutzt auch diese Freiheit, die wir ja haben, ich glaube schon, dass wir über lange Sicht eher mehr Freiheiten haben werden, auch wenn das manchmal gar nicht so aussieht, in dieser absolut verrückten Welt, die ja wirklich völlig crazy ist, aber, man denkt ja schon, okay, jetzt hatten wir erst, hatten wir Corona, Impfung, Krieg, äh, Wirtschaftskrise und jetzt kommen noch irgendwie Ufos, ey, sorry, die Welt ist einfach völlig verrückt, aber egal, ich, ich kann ja nur noch drüber lachen, ähm, also, man sollte natürlich über Krieg nicht lachen, aber, ähm, das ist wirklich traurig, aber dieses ganze Verrückte dieser Welt ist, naja, wirst du schon, wie es meine, ähm, genau, also, nimm dir auch die Freiheit, dann das rauszumachen oder diesen Tag so für dich zu erschaffen, wie er für dich gut ist und fühl dich bitte, bitte, bitte nicht schlecht, wenn du heute Single bist, dass du kannst, also, ich habe heute meinen, ich bin in einer Beziehung, ähm, aber, äh, ich sage oft zu Eileen, ähm, also, wenn das mit uns, hey, oft sage ich das nicht, aber ich habe mal gesagt, wenn das mit uns mal nicht mehr klappen soll, TT, ich glaube, ich würde keine neue Beziehung machen irgendwie, ne, weil ich, ich, ähm, also, je älter ich werde, jetzt auch so gerade oberhalb von 30 so, äh, umso mehr denke ich, hey, das sind wirklich zwei völlig, äh, auch Single sein, also diese, ähm, diese ganzen Freiheiten, das Single sein zu genießen, ich, vielleicht kommt man da auch, wenn man älter wird, immer, immer mehr drauf, dass, dass das total, ähm, absolut lebenswertes Leben ist und auch viele Vorteile hat und wir wirklich diese Freiheit haben, klar, man sagt immer, wir sind Beziehungswesen, ja, aber wir können ja trotzdem Beziehungen haben, ne, ohne, ohne jetzt in einer festen romantischen Beziehung sein zu müssen, natürlich wollen wir auch nicht den ganzen Tag einsam sein und so, aber es gibt so viele Möglichkeiten und das finde ich wiederum gut, äh, an, dass diese ganzen Strukturen auseinanderfallen, dass wir, ja, wirklich gucken können, was wollen wir eigentlich wirklich, so und da würde ich sagen, kannst du heute anfangen, äh, am Valentinstag kannst du sagen, ich feiere mich, dass ich das mache, was ich jetzt gerade mache und wenn ich in einer Beziehung bin, dann feiere ich, dass ich in einer Beziehung bin und wenn ich Single bin, ey, dann feiere, dass du Single bist und nicht, äh, ständig Kompromisse schließen musst und jemanden fragen muss, ob du jetzt das und das machen kannst und, äh, kannst die verrücktesten Sachen machen und dann nutzt das, also nutzt das, was ihr habt und wenn ihr unzufrieden seid mit dem, was ihr habt, dann, äh, schreibt, setzt euch heute hin, könnt auch hier Modul 2 machen oder Spiritualität und nice guys leben, die Kurse, äh, setzt euch heute hin und schreibt euch auf, wo, welches Ziel ihr in einem halben Jahr sein wollt und schreibt das mal ganz genau auf, wie möchte ich mich fühlen und dann, äh, guck dir das nochmal an nach einem halben Jahr, also dann, dann guck wirklich jetzt, wo du hin willst, guck nicht so viel in die Vergangenheit und versuch dir das nach und nach dazu, zu erschaffen, was du wirklich haben willst und sei offen dafür, dass vielleicht das, was du denkst, was du immer haben wolltest, vielleicht nicht das ist, was du wirklich willst. In diesem Sinne, mach, sorry, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ja, mach, sorry, mach, sorry, mach, sorry, mach, 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 mach